Bin ich gut genug? Ist das, was ich tue, gut genug? Bin ich gut genug für ihn? Bin ich das, was er will? Kann ich ihm das geben, was er braucht und das erfüllen, was er sich wünscht? Ist das, was ich gebe, genug? Bin ich gut genug, um etwas zu erreichen? Um meine Träume zu leben? Um das tun zu können, was ich liebe? Oder ist das, was ich kann, nicht gut genug? Bin ich gut genug für sie? Kann ich all die Erwartungen erfüllen? All die Erwartungen, die andere an mich haben? Oder ist das, was ich tue, dafür gar nicht gut genug? Was ist überhaupt gut genug? Und wie kann ich das sein, wenn ich die Antwort nicht mal kenne? Wer definiert das denn? Versuche nicht gut genug für irgendjemanden zu sein. Du musst einfach nur gut genug für dich sein. Mein jetzt will, noch zu sagen. Denn dann bist du genau richtig. Und dann bist du genau richtig.